Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich würde mich über ein Liken, Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank. 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 Klasse gespielt. Vielen Dank. 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 Und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken und den hat er super rausgeholt. glänzende Parade da verkürzt er ganz geschickt den Winkel was für eine Übersicht und das passt und der ist drehen und die Fans sind da im 5m Raum ist da einfach zu gefährlich und der hat einen besseren Einstand kann man sich noch nicht wünschen erstmals mit gespielt und gleich ins Tor befindet. Und dann hat er gut den Eignomen Spieler gesehen. Und da sieht man in der Mannschaft stimmt's solche Pässe die schauen wir uns gerne gut wie er den mit das war beim letzten Augenblick dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt der Torhüter und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Und nach der ersten Halbzeit steht es 4 zu 1. So hinein in den zweiten Durchgang wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. So wir sind bereits zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Oh das ist noch heiß. Das ist noch heiß. Köpft den Ball aus dem Strafraum raus. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Und das war schon klasse wie der Torhüter das macht. Guter Pass mit viel Übersicht gespielt. So jetzt alles nach vorne heißt die Devise. So jetzt hat er das Spiel erstmal berühmt. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. Und jetzt muss er schießen. Sieh ab Junge. Abgewehrt. Jetzt müssen sie nachsetzen. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und der Mann der da vorne steht der hat jetzt auch Anspielstation. Ja die Frage ist nur. Nützt das was oder ist das im Prinzip eigentlich nur Ergebniskorrektur. Also ich muss sagen dieser Mann übertrifft alle Erwartungen. Schon sein zehntes Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten aber irgendwann bringt er den Ball da doch irgendwie ein Tor unter. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Ah das ist ein Weltklasse Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Klasse. Bringt die Fingerspitzen auch dran. Aber Achtung. Und bei solchen Bällen da fackelst du nicht lange. Nur raus damit. Und die Verteidiger. Und aufmerksam. Ja und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zu gut erkämpft. Und da hat er die Situation gut eingeschänzt. Ja aus dieser Situation könnten sie was machen. Boah das war eine klare Abseitsstelle. Also die Striebsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt Abseits oder nicht? Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Schauen Sie mal was der für ein Auge hat. Oh super. Ja das Kopfballspiel das ist halt eine große Stärke von ihm. Da sieht er die Lücke. Ja das könnte eine gute Chance werden. Aber der Flankenball war ja viel zu dicht vor das Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ja das Kopfballspiel das hat er drauf. Ohne Frage. Ja er wählt die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und er kommt hier den Ball nach vorne. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal wie sich das auf die Partie auswand. Und jetzt muss der Trainer reagieren. Bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ein Rゃch und übernachst, ein Rang ein Rang ein Rang. Ein Rang ein Rang. Wie ist der Trainer nicht? Ja. Das ist ein Rang oder nicht. Die Messe ist ein Rang. Herekkt. Das ist ein Rang. Wie ist der vorhandene Rang. jetzt müsste er in die lücke ein spiel und im training haben sie sich darauf spezialisiert auf gefährliche eckbälle schauen wir mal was daraus wird schwache eckball überhaupt kein problem für den torhüter los weg mit dem das wird sich der torwart gedacht haben er überlegt jetzt flanke ich schlage ich nicht so eine gelegenheit bekommt er heute nicht mehr da rettet die latte und jetzt haben sie die torgelegenheit und ich glaube er überlegt was er jetzt am besten tut unglaublich dass er an den ball überhaupt noch angekommen ist wie um alles in der welt kann man dieses faul nicht sehen das gibt es doch gar für die abwehrkunst probleme geben wenn er jetzt land und ein weiterer treffer ist gefallen das wird das team jetzt nach vorne bringen die gäste mit dieser tollen unterstützung hören sie mal rein was für atmosphäre da herrscht also so langsam müssen sie es aber gemerkt haben dass das ein ganz gefährlicher spieler ist da hat er schon zweimal getroffen so ausschluss vorbei das spiel ist gewonnen und da kann man im prinzip nur gratulieren so liebe zuschauer das war es ich glaube zu der partie ist alles gesagt wir bedanken uns beiden für die aufmerksamkeit und verabschieden uns wir das sind sebastian hellmann und tom bayern bis dann hier 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 Vielen Dank. 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 Ja, fast wäre der gar nicht reingegangen, da beruht er sogar noch die Rate der Ball und geht von da aus ins Tor. Ich glaube, der Trainer hat noch gar nicht auf der Bank Platz genommen und schon ist das erste Tor gefahren. Und so was läuft unter dem Oberbegriff. Ballkontrolle. gut gemacht und das ganze per kopf eine flanke gut vorstellen ja das hat er gut gemacht da ist gar nicht so aus als ob er den ball abspielen wollte jetzt bin ich mal gespannt aber die möglichkeit nutzt um zu flanken also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich jetzt kommen sie über den flügel so jetzt kommt er langsam also mit den flanken bringen die den torwart nicht aus der ruhe ja da steht er völlig frei ja jetzt könnte ich was entwickeln ja ich glaube da hätte sich der assistent gar nicht die fahne heben müssen das hat der und partei schon selbst gesehen abseits ja das sieht gut aus und heraus mit dem ball aus der gefahrenzone absolut spitze da macht ihm keiner was vor flanke dann zettimeter zum toerfolg gefehlt die flanke den hat er gut gehalten aber für den stürmer ist noch was drin sie fordern eckball ja den gibt es auch mit dem ball hat er gerechnet überhaupt kein problem für den keeper guter pass mit viel übersicht gespielt so der versucht sich jetzt in eine gute position für eine flanke zu bringen die flanke ein bisschen schärfer müssen dann wäre es glaube ich schwieriger geworden gut gemacht präziser pass gut angekommen und entscheidet auf freistoß den ball weit nach vorne gepasst das ist ja ein weltklasse dribbling wie macht er das überhaupt flanke in den straffraum und überhaupt kein problem für den tor er hat heute erklärt ihr erst mal gute partie gutes niveau in dieser ersten halbzeit und man kann den sieger schwer vorhersagen genau das ist ein weltklasse dribbling hat nur noch den torwart vor augen und von der latte zurück ins spiel das war ein schöner zweikampf und er hat den ball und in der eigenen hälfte hat er zur pause steht es 1 zu 0 wenn man so gleich auf ist wie in den ersten 45 minuten und sich das fortsetzt dann muss vielleicht tatsächlich eine einzelaktion entscheiden im zweiten durchgang von einem stürmer das ist in der ersten halbzeit das ist in der ersten halbzeit stein 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 klasse gespielt ich glaube da war keiner mehr dran abstoß und jetzt heißt abwehr aufgepasst gut gespielt oder wusste er sofort wohin der ball muss und wieder mal endstation beim verteidiger schönes zu spiel jetzt man schafft es nicht den ball zu behaupten und das war gut gespielt ja passspiel gehört zu seinen starken klasse und das über diese entfernung ich glaube der frank gleich das müsste eine ecke geben das war kein guter eckball der zieht den ball zu nah ans tor kein problem für den keeper und damit ist der ball erstmal weit weg von seinem tor gute abwehr aktion das war ganz super gemacht und der london dafür die ball zurück achtung jetzt brenz war es für ein tor ja dann nützt jetzt auch nix dass sie da diskutieren das ist der verdiente ausgleich sie hätten einfach mehr nach vorne tun müssen und jetzt doppelte auswechslung gleich zwei spieler kommen neu in die partie ein weiterer frischer spieler auf dem feld damit der zweite wechsel heute also dafür hat er auch gerackert für dieses tor dass er jetzt endlich 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 erzielt hat er überlegt jetzt schlank ich schlag ich nicht ja das ist ja überhaupt kein problem für den abwehrspieler spieler machen sich warm am rande des spielfelds hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal eine auswechslung vorzunehmen wie ich sehe machen sich da eine reihe von spielern neben der seitenlinie warm und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine auswechslung ja der ball landet genau in den armen des toy das ja bloß weg damit schön per kopf weitergeleitet abseits pfeift der schiedsrichter und da müssen wir aber noch mal einen genauen blick drauf werfen knappe entscheidung abseits ja oder nein so mindestens eine auswechslung steht bevor das scheint so gut wie festzustehen denn wir sehen die spieler machen sich da am spielfeldrand doch schon intensiv waren bereitet sich auf einen einsatz vor klasse zu spiel der kopf und der ball prallt vom pfosten zurück ins feld ja das wird gefährlich jetzt muss die abwehr aufpassen die brust Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Genau richtig gesehen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Wer leider nicht lange überlegen müssen, das ist gelb. Gelbe Karte nach dieser rüben Attacke, gut gesehen vom Umperteich. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Und daraus könnte was werden. Und der Klopfenball nach vorne mit jetzt neuen Schwung. Ja und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Hey, werden noch zwei Minuten nachgespielt. Ja, sie machen eben die Räume ganz eng. Und er spielt der Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Der Trainer wechselt aus. Gut weggeköpft. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Der schießt sich da pfeift ab und die Mannschaften trennen sich verdientermaßen unentschieden. Und wie, da war es nach dem Lief in der Karte. Da war er mit den Fingerspitzen nicht so gut. Da war er nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 er trifft also wenn das so weiter geht dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen spiel klasse zum spiel und sie werden immer offensiver los ist gut weg geköpft klasse pass hat nur noch den torwart vor augen ja die situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die gefahr bereinigt schöner pass riesenmöglichkeit und jetzt muss er schießen und was für tor ja so ist das im fußball einmal nicht aufgepasst und schon liegt man jetzt wird es ja doch mal richtig spannend schaffen sie den ausgleichen und klasse wie er den ball in die spitze spielt ja das ist ja ein kinderspiel für den verteidiger das ist ein weltklasse dribbling also der mann ist ein geld nun wirklich wert ecke ja da freut man sich als torhüter wenn man so einen eckball serviert bekommt ja das kopfballspiel das hat er drauf ohne frage elf meter der entschieden und jetzt würde es mich nicht wundern wenn er auch noch eine karte aus der tasche holt so jetzt muss er ganz vorsichtig sein eingang runterschalten nach der form und jetzt gibt es also den elfmeter überhaupt keine abwehrchance für den torhüter und nach den ersten 45 minuten steht es 2 zu 2 dann müssen wir natürlich festhalten dass das team viel zu wenig aus seinen chancen und aus seiner überlegenheit gemacht hat das wird der trainer auch ansprechen jetzt in der kabine so von uns aus kann es wieder los gehen hinein wie in die zweite abzeit so wir sind bereits zur zweiten abzeit schien sich da aus spieler sind alle da auf geht's und das passt zur tagesform dieses toll dass er scheint heute fast alles zu halten gut gehalten vom torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den spieler der diese chance vergibt weg mit dem ball schöner pass freistoß nach dieser grätsche auf den ersten blick sah sogar noch schlimmer aus als es in wirklichkeit war aber der freistoß ist schon okay vom pfosten zurück ins feld also die schiedsrichter assistenten haben es auch nicht leicht war das jetzt abseits oder nicht so ein guter einsatz des verteidigers hier so jetzt hat er platz ja da geht auf nummer sicher das auch richtig so und der torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der gefahrenzone ja ich kann mir nicht vorstellen dass der schiedsrichter da lange zögert er wird ihn wohl verwarnen leichte entscheidung für den schiedsrichter das muss gelb geben ja tom ich finde ohnehin dass der schiedsrichter heute richtig schwere aufgabe hat schon wieder so eine rühde attacke und völlig zu recht wieder gelb ja schaut noch mal kurz zum schiedsrichter assistenten raus aber es war wohl abseits ja gute mitspieler gesehen ja das ist einfach super dieses zweikampfverhalten diese technik am ball also mit den flanken bringen die den torwart nicht aus der ruhe ja das talent er hat die technik er weiß wie man es macht und jetzt bringt er die flanke in den strafraum ja da ist das reaktionsvermögen des abwehrspielers gefordert und erklärt den ball und den ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser situation dafür bekommt der gefaulte spieler einen freistoß zugesprochen schauen sie mal was der für ein auge hat super ja und mit viel gefühl im fuß und dann auch noch genau gepasst der schiedsrichter entscheidet auf freistoß er wählt die übersicht und entscheidet sich genau für die richtige anspielstation da klasse kontermöglichkeit jetzt der ball geht über die torhaus linie deswegen abstoß der trainer einige umstellungen vorgenommen und achten sie mal drauf der wird gleich schon bei denen muss er als guter torhüter auch haben den ball der ball prallt von der mauer ab jetzt müsste er flanken die stationen sind da und jetzt hat der trainer sein wechselkontingent voll ausgeschöpft hat drei frische spieler und vorerst ist die gefahr gebannt absolut spitze da macht ihm keiner was vor im dribbling und es gibt ja kaum jemand der den ball so in den straffraum hineinspielen kann wie er aber die spieler rücken in den straffraum auf es gibt eckball genau in die arme des torhüters erst mal raus hinten mit dem ding so jetzt müsste schnell gehen gute konter gelegenheit genau in den winkel das ist es was ihn so gefährlich macht im richtigen moment da zu sein wie er sich hier freigelaufen hat der rest ist ja nur noch form sache ja mit dem wechsel musste man eigentlich rechnen und der neue mann hat jetzt die gelegenheit ein paar akzente zu setzen ja und jetzt muss er neue impulse setzen der trainer und womit macht man das mit einer auswechslung bringt einen frischen spieler auf dem platz also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich da hat ein gegenspieler aber geschlafen so jetzt müssen wir beide reingeben und der verteidiger stand genau in der schussbahn fälscht den ball ab und das war eine glanzparade des keepers er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein gegenüber aber bis jetzt ist er hier der garant für den sieg seiner mannschaft ja und den ball hat er sich jetzt im mittelfeld erobert ja für die abwehr konnte es probleme geben wenn er jetzt lang die zuschauer gehen zufrieden nach hause fünf tore sieht man nicht häufig 3 zu 2 der endstand 3 zu 2 3 zu 2 4 zu 3 5 6 6 7 7 8 9 9 10 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Und jetzt sind sie der Herr hier am Haus. Ganz klar. Sie haben richtig Spaß. Boah, das sieht gut aus. Und so viele Spieleunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur zwei Minuten nachgespielt. Da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Ja, flankt er jetzt. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist ein Geld und wirklich wert. Ja, da kann man mit dem Kopf nicht ganz unter den Ball. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dieser Erfolg bedeutet ab in die nächste Runde. Und diese Runde Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ... ... ganz wichtiges tor da hält es natürlich kein mehr auf den sitzen was für ein tor also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball dann doch irgendwie tor das war kein guter pass und die strafe folgt auf dem fuß jetzt gehen sie zunehmend risiken ein hinten aber hier noch mal im glück abseits ja und die wiederholung zeigt deutlich das war schon korrekt entschieden und jetzt heißt abwehr aufgepasst und das ist wichtig die ganze abwehr steht kompakt und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln und jetzt bietet sich die gelegenheit so jetzt kommt die flanke aber genau auf der torwart 2 zu 1 der spielstand zur pause also wenn sie ihre führung halten wollen müssen sie sich in der zweiten halbzeit doch deutlich steigern und versuchen den ball etwas länger in den eigenen rein zu halten so hinein in den zweiten durchgang wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven fußball so wir sind bereit zur zweiten halbzeit schiedsrichter aus spieler sind alle da auf geht's also der ball scheint jetzt muss die flanke kommen und das war ein ganz ganz wichtiger treffer was für ein tor was für ein tolles tor mensch was für ein stand für den neuen mann gleich im ersten spiel ein tor ja der ball landet genau in den armen des torhüters weit nach vorne geschlagen weg ist der ball der verteidiger war rechtzeitig zur stelle das sieht der trainer gerne das wird eine gelegenheit achtung jetzt eine schöne flanke klasse wie er den freien mann sieht super passt ja das ist einfach super dieses zweikampfverhalten diese technik am ball er trifft den pfosten aber achtung das könnte gefährlich werden so jetzt wird gefährlich ja und mit viel gefühl im fuß und dann und das sieht so leicht aus ein anderer torhüter hätte den ball vielleicht nur abtropfen lassen er nicht tolle parade bloß weg mit dem das wird sich der torwart gedacht haben ja er ist der spezialist für solche bälle weit und präzise eindeutige abseits position ganz eindeutig der trainer einige umstellung vorgenommen achtung genau in den lauf so jetzt hat er platz ja und in der eigenen hälfte hat er sich den ball zurück erkämpft dazu diese aktion muss es freistoß geben ganz klar und jetzt wechselt der trainer gleich doppelt aus da gehört schon eine portion mut dazu sich in diesen ball noch hineinzuwerfen der schiedsrichter zeigt in richtung eckfahne ja köpfen kann auch nutzer die chance und er geht an die latte und das sieht man in der mannschaft stimmt solche pässe die schauen wir uns gerne ja wenn das kein freistoß war das sieht der schiedsrichter genauso junge die abjungen ja auch der ball ist ein spiel schöner topf was für ein tolles tor also dafür hat er auch für dieses tor dass er jetzt endlich endlich erzielt und ein langer ball genau auf den mann und achtung die flanke posten und ja das wird gefährlich jetzt muss die abwehr aufpassen ein weiterer frischer spieler auf dem feld damit der zweite weg riesenmöglichkeit genauso wollen sie den keeper sehen reaktionsschnell ist er da und wer da gut gehalten vom torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den spieler der diese chance vergibt und dank der glanz dat ist durch das bei dem können sie sich bedanken sind sie noch im spiel und jetzt muss er schließen jetzt muss der trainer reagieren bringt einen frischen spieler auf dem platz also wenn das so weiter geht dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen spiel also das macht einen ganz souveränen eindruck wie die stehen da hinten hochkonzentriert einer saison da hat alles gepasst hat alles gestimmt so liebe zuschauer das war es von unserer seite tschüss und alles gute bis zum nächsten mal so und Vielen Dank. 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 So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Das war ein Pass. Und deswegen gibt es Freistoß. Ja, das war etwas unbestimmt. Ja, das war ein Pass. Ja, das war ein bisschen, ja, das war ein, das war ja. jetzt sicher mit einer flanke was für eine übersicht und das dritt legen stand ja und das sah gut aus wie er den ball da geklärt hat ja und wie er den ball da weiterleitet sofort das sieht schon gut aus also da hat er wirklich stück gehabt dass er dafür nicht noch gelb kriegt der gegner war ja noch nicht mal im ballbesitz er überlegt jetzt flanke ich schlag ich nicht gut dass er verkauft da war der verteidiger fälscht den schuss ja das sieht gut aus ja und hinten darfst du keine fehler machen lieber einfach mal mit dem ball ja das ist einfach super dieses zweikampfverhalten diese technik am ball ich habe wird aus dieser gelegenheit nichts wird dann sind sie selber schuld da wirft er sich dazwischen aber auch geht er denn da so rein das muss freistoß geben da hat die verteidigung aber geschlafen schade da stand er ganz frei aber halt auch im absatz also die schlitzrichter assistenten haben es auch nicht leicht war das jetzt abseits oder nicht der ball hat er weit gepasst und gut ja ich kann mir nicht vorstellen dass der schiedsrichter da lange zögert er wird ihn wohl verwarmen klare sache für den schiedsrichter er zeigt gelb gelbe karte nach dieser rüden attacke gut gesehen vom umparteischen die das war zu schwach keine schwierigkeit für den kiefer hier den ball abzuwehren ein wunderbarer pass ja warum nicht posten und und den treffer können wir uns gerne noch drei vier mal anschauen dann hören sie mal was jetzt auf den ring los ist ein wunderschöner treffer was hatte der schon für chancen heute gut ab vor dem spieler die aufgegeben und jetzt hat er das tor erzählt es ist ja unglaublich wie der die abwehr da schwindelig spielt in den sechzehner nutzer die chance die ja was da gos das das da 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 Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Starker Halten vom Torhüter in dieser Szene, das war nicht leicht für ihn. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1 zu 0. Und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Also, das Ergebnis spricht hier natürlich eigentlich eine ganz andere Sprache. Schauen wir mal auf die Chancen, die beide Teams hatten. Also, eigentlich hätte das Spiel ja schon längst entschieden sein können. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und die zweite Halbzeit läuft. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Diese Abwehr macht heute fast keiner was vor. Er macht die Abwehr lächerlich. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Ja, ganz klar gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Und was für eine Klasse Tat. Ja, manchen Torhütern ist das ja sogar ganz recht, dass sie ständig was zu tun bekommen. Ja, wenn der jetzt hier nicht zur Stelle gewesen wäre, dann wäre es das wohl gewesen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Krippling. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. Das war eine gute Flanke jetzt. So, der Ball ist draußen, gibt Eckbahn. Und jetzt, so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Und das ist abseits. Und wenn wir uns nochmal in die Wiederholung hineinschauen. Ja, korrekte Entscheidung. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt stand er auch noch am Abseits. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da... am Rande der Seitenhauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ah, technisch super. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Das wird gefährlich. Das hat der Torhüter gut gemacht, wie er auf den Spieler zuläuft. Toll beendet von ihm, diese Aktion. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Alles, was aus dieser Situation entstand, ein Eingriff. Ja, jetzt müsste die Flanke gleich kommen. Das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Herrlicher Pass. Ja, das war klar. Da muss er einen Freistoß geben. In diesem Schuss musst du dich erstmal reinwerfen, hat er getan, war auch wichtig. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Flankt er jetzt. Und sich stürmen nach vorne. Ja, was mag er sich wohl bei diesem Flankenball gedacht haben? Wir wissen es nicht. Gut per Kopf weitergeleitet. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. So, mindestens eine Auswechslung steht mir vor. Das scheint so gut wie festzustehen. Denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten hochkonzentriert. Und jetzt gibt es hier noch zwei Minuten Nachspielzeit. Der Trainer wechselt aus. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen. Und da kann man im Prinzip nur gratulieren. Und da kann man im Prinzip nur gratulieren. Vielen Dank. 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 Klasse. Vielen Dank. So haben Sie das... Ja, das ist... Ja, das sieht der Trainer... Und der... Und jetzt kommt... ... ... ... Und ich bedan... ... 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 teme ... ... doch den will anscheinend niemand anders dann nehme ich ihn halt und der trifft die latte ja das sah nicht so gut aus aber bitteschön hauptsache der ball ist erstmal weg und jetzt muss er schließen aber dieser parade war sicherlich auch ein bisschen glück dabei so gut stand der tote nicht ja das ist ja eine ganz lockere angelegenheit hier für den abwärtsspieler klasse mit den fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den ball gekommen und da sieht man wieder die klasse dieses spielers gerade auch bei den langen bällen ja jetzt müsst ihr den ball aber nach hinten ziehen und der kopf hier den ball nach vorne ja gut den mitspieler gesehen das sieht schon klasse aus wieder den ball mit dem kopf weiterleitet der abwehrspieler hat sich den ball geangelt gut gespielt und da wusste er sofort wohin der ball muss oder steht sich da unterbricht das spiel und entscheidet auf freistoß da kann sich der spieler beim schiedsrichter bedanken dass er für diese aktion keine karte sieht hat er ist gut er ist lang und der kommt an unterschied sich da erkennt auf abseits stellen sehen wir uns die situation in der wiederholung an war das wirklich abseits ja so jetzt werde gefahr erst mal wieder gebannt also freistoß gibt es auf alle fälle und jetzt warten wir ab ob es darüber hinaus auch noch die gelbe karte gibt völlig korrekt entschieden hier der gefaulte spieler war nicht den ball besitzt und deswegen gibt es hier nur eine entscheidung rot ja das ist schon klasse wie der verteidiger da hinten steht super war wunderbar gesehen so den muss er jetzt verwandeln und er geht rein und jetzt sind natürlich die fans außerrand und band ein tor mit absoluten seltenheitswert klasse gemacht was hatte der schon für schoss gut ab vor dem spieler hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das vor erzielt ja und hinten darfst du keine fehler machen lieber einfach mal ja und ich glaube er überlegt was er jetzt am besten tut also da hat er wirklich glück gehabt dass er dafür nicht noch gelb kriegt der gegner war ja noch nicht mal im ballbesitz spieler machen sich warm und rande des spielfelds und der trainer hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal eine auswechslung vorzunehmen ja da sucht er die kopfball starken mitspieler doch schauen sie mal in die gesichter der fans da kann man ablesen wie wichtig dieser treffer ist ja schauen sie doch mal wie er den ball trifft das ist das tor des spiels das tor des monats ach vielleicht sogar das tor des jahres also der braucht ja eine ganze menge torchancen aber irgendwann trifft er dann doch so wie in dieser situation eindeutige abseitsposition ganz eindeutig schauen wir uns noch mal die wiederholung an brauchen wir glaube ich nicht darüber zu diskutieren und schon wieder eine tolle parade des keepers kein leichtes spiel für den torhüter dessen mannschaft jetzt mit weniger spielern auskommen ja bloß weg damit so den platz hat er wenn er jetzt noch eine gute flanke schlägt das war für jeden ersichtlich ihrem stadion klares faul und das muss die gelbe karte gehen eine unfaire aktion die mit der gelben karte bestraft wird ich weiß nicht warum über diese gelbe karte überhaupt diskutiert das war ein klares faul und er ging ja meterweit am tor vorbei und die enttäuschung ist riesengroß 2 zu 0 das ist der pausenstand und jetzt liebe zuschauer freuen wir uns erstmal auf die zweite hälfte wenn sie diesen druck in den zweiten 45 minuten aufrechterhalten kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren also so 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 sein also so das und jetzt müssen sie neu aufbauen wetter flanken also mit den flanken bringen die torwart nicht aus der ruhe ganz weiter ball vom keeper guter spielzug alle an achtung jetzt ja was für ein tor dann hören sie mal was jetzt auf den ring los ist ein wunderschöner treffer also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball doch irgendwie tor dort im ballbesitz sind sie aber jetzt muss natürlich gleich der nächste pass völlig frei kann er sich da bewegen und das sieht gefährlich aus ja das ja ein kinderspiel erst mal raus aus dem gefahrenbereich und dann in die offensive und das ist eine sehr konzentrierte defensiv leistung bislang ja auch das ist schon klasse wie er das macht sauber geklärt vom torwart gut gemacht und das ganze per kopf ja gefällt dem trainer was für eine übersicht was für ball schöner kopfball hat er kommt dazu spät in den zweikampf schlechtes timing es gibt freistoß viel zu gutmütig der schiedsrichter heute für diese aktion muss der spieler einfach gelb sehen und jetzt wechselt der trainer gleich doppelt aus klasse zu spiel jetzt hat er raum klasse pass so jetzt müssen die verteidiger aufpassen und jetzt müssen sich aus der situation eigentlich was entwickelt ja das war nichts abseits das könnte abseits gewesen sein müssen wir uns noch mal anschauen ein weiterer frischer spieler auf dem feld damit der zweite wächsleute das hat er gut gesehen das ist ja die lücke ja da halten sie den torhüter doch mächtig auf trapp da ohne torhüter tricht den ball über das feld er gehört zu seinen stärken das kopfballspiel so das müsste uns jetzt zeigen ob es abseits war oder nicht ich war das spielfeld wenn er hat sich wohl jetzt entschieden mindestens mal einer auswechslung vorzunehmen und die abwehr steht wie eine 1 zwar ein schöner zweikampf und er hat den ball und nach diesem üblen frau gibt es freistoß und das ist noch eins das ist noch eins und nach vorne gekürzt ja und was für eine klasse tat und der torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der gefahrenzone und jetzt heißt abwehr aufgepasst was hat er sich dabei gedacht da müsste er eigentlich die gelbe karte sehen ja und er schiebt sich dafür hängt diese gelbe karte völlig zurecht schon wieder gelb jetzt sollten sie aber langsam aufpassen mein liebermann das sieht der trainer gerne das müsste jetzt die möglichkeit sein so ausschluss vorbei das spiel ist gewonnen und da kann man im prinzip nur gratulieren damit er ist ja der der so wenn you Vielen Dank. 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 Eine Wahnsinn. Und... Auf beiden Seiten... Und... Zinein... Ja... Und... Und... ... ... Ja... ... ... ... ... Und... ... 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